Wir machen hier den Fenster-Gangbang. Oh, da sind drei Infanterie. Sven, legen sie mal ab. Ich kann keine Panzermine legen, sorry. Oh, scheiße. Die müssen hier vorkommen. Eine kommt. Ich bin im Haus, ich bräuchte jetzt hier jemanden. Ah, Markus, du respawnst, du bist gut. Ich respawn, ja, weil ich hab keine Panzermine, ich bin hinter denen gewesen. Hallo. No, neben dem. It's me. I can hear you. That's good. Cause the lightning gave me some hour. Find ich, too. Yeah, that's good for you, too, because you get XP. Nein, das reicht nicht. For me? Yeah, for you. Yeah, for you. Ich hätte beide den lightning-adden-frauler gesprengt. Yeah, you. That's okay. Tell me. Say it together. Oh, der wagt mich nicht. Oh, der wagt mich nicht. Say you, say me, say me together. Was lachst du so blöd? Weil das wär'n da so, wenn's so. Aua. Sag mir, wenn du den RIP brauchst, ne? Dann... Yes, Sandy kill! Äh... Sandy kommt, Sandy kommt von... Da war sogar noch einer drinnen. Da war sogar noch einer drinnen. Oh, Sandy ist weg. Oh, war das nice jetzt. Lass auf uns rücken auf. Äh... Ich werde den davor. Was kommt da? Brawler. 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 Die wollte es einfach nicht aufgeben hier, ne? Ja, aber ich halte die halt irgendwie mal Leitgang grad auf. Aua! Brawler mein Gesicht! Äh... Sven, du musst mir jetzt Feuerschutz geben. Äh... Welcher? Egal welcher. Ich kann dich in die Richtung, wo du grad fliegst, schießt, ne? Das ist dir klar. Da fragt einer grad vor. Oh oh. Die haben mich. Yes, Brawler down. Oben ist noch ein Lightning. Im Südosten ist noch ein Lightning. Ist da einer? Ja. Muss der hin runter? Runter, ja. Hat sich wieder sichtbar gemacht. Achtung, Panzerbiet nicht runterlaufen. Uh, ja. Panzerbiet nicht runterlaufen. Warte. Warte, warte, warte. Ich guck, dass ich den Leitenden kriege da oben. Achtung, wenn er nicht. Er ist rechts irgendwo. Er ist rechts, ja. Äh... Ja. Lass ihn wieder, Panzerbiet. Scheiße. Ich muss noch ein Stück weiter. Oh, Brawler. Nein, jetzt haut der ab. Oh, hinter... Rechts von euch ist ein... Links von euch. Vor euch ist ein Lightning. Ich weiß... Wissen, hier war... Vor dir ist einer. Uhuhuhu. Da war einer. Ja. Uff. Und den Ingi habe ich auch mitgenommen. So, wo bleibt jetzt der hier? Der müsste eigentlich wieder kommen, aber er kommt nicht wieder. Ah, der war mal Abpunkt. Ah, hinter uns. Hier habe ich ihn gerade gehört. Nein. Der... Ja, gut. Irgendwo hier habe ich ihn nämlich gehört, sag ich doch. Ach, da oben ist wieder... Alle, wir sind ein richtig gutes Team hier. Ich hole mir ein neues C4. Hinten sind zwei Prawler. Drei Prawler. Drei Prawler. Wir halten das im Alleingang auf, das ist sehr brutal. Vorsicht, von rechts. Hinter euch kommt einer rein. Markus, hinter dir. Was? Hinter euch kommt einer die Treppe hoch, ist einer reingelaufen. Ich weiß nicht, was es war, aber einer ist reingelaufen. Markus, treppig war ich über die Treppe. Ah, er ist tot, er ist tot, er ist down. Ich bin Ingenieur. Weiter aus ist es jetzt ein Prawler wieder direkt vom Fenster. Aber erinnert sich, ich gehe zum A-Punkt. Kümmern ihr euch darum. Ich gucke nach A. Das ist ein Spiel und Foto, aber ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Gebi, 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 gebi. 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 Gebi. Ne, ne.. ャ also da. Andrea. entspottet. Direkt vor dir. whole russen. hab ich eben schon geklärt. ab und die Ra taman grin, der war mit dem Leitn, da. Das war mit der Leitn, da. tutaj ist noch weiter! Na da noch eine Oru einer noch! Ja, hinter uns?! Ja da! Kriegst du ihn? Gebi gut schaden ne! Gebi gut schaden ey! Gebi, gebi. Gebi, gebi. das müssen wir nur gucken dass davon alles bleibt also ich bin mal stolz als mich als truppenführer kann man doch was heißen aber jetzt müssen wir echt was man hier ist nichts mehr los ja die freut sich auch nicht drüber schreck zu werden und da die steine da ist noch einer ich habe markiert ja ich habe ihn auch schon markiert aber der steht behindert für mich lenken ab ich versuche mich ran zu schleichen ja da ist noch einer von unseren sven du musst ihn weiter noch beschäftigen es sind zwei erster hinter bestand ja aber ich werde schon beschossen zwei stück du bist scheiße koordinierter rückzug kämpf glaube empire nicht rückzug doch das kann eben muss der kundinierter rückzug werden der kreuzfeuer von einer kommen zwei harry unten die hauptstraße rein ich nenne es jetzt mal die hauptstraße von vorne drei ja bleibt die deckung nicht gestört die die kämpfe um nur hüben ist noch ein wir machen hier den fenster gegen weg der frau das hier weil infanterie rechts von uns ja ich bin soweit weg um euch helfen wir können ich hast noch herr ist es mal ja was er auf der kommen scheiße man die zwei wissen dass ich da bin die kommt die bewegen sich nicht vorwärts am berg jetzt natürlich was der brawler dahinter der ecke auf mich da kann ich dir doch was irgendwie wandern winkel treffen bitte sagt ja die feine über das feld gerade übers offene feld jetzt kommt natürlich der ja ich komme ja ich habe ein brawler gerade gekillt das ist wenn es wenn hier bei mir ist und da kommt ich habe ich gerade nachdem zieht den herr ist weg mach ich mach mal die infanteristen vor mir weg ja wenn die mit fahrzeugen die base umstellt haben kommen sie rein ach du schloss ich überlege jetzt habe ich mir haben das ziel setzt oder die fahrzeuge wir müssen ja ich komme mit ja wir gehen hier rum oh shit wollen wir wirklich hier rum wenn wir den brawler kennen wir nicht hier rum wir müssen hier rum ach die sitzen auf dem dach oben mist ja jetzt haben sie uns über rante unten schritten leiten sandi deswegen kommen sie es wenn es vorne ja muss ja was auch da kommt ja 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 ja